hallo ich bin's wieder george von der firma george musikshop in hamburg ich habe hier eine ukulele die kommt aus portugal und ist komplett aus akazienholz hergestellt massives akazienholz hals mahagoni griffbrett wenge auch den seitenhalter aus wenge und die mechaniken sind einfach aber wirkungsvoll und nicht so schwer macht also das instrument jetzt nicht kopflastig so klingt wie folgt und 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 ja schönen gang fürs zuhören und zu sehen bis zum nächsten mal naja george aus hamburg und zu folgern zu folgern d und und zu folgern zu folgern